In Zusammenarbeit mit meinem Sponsor NEXTPCB habe ich eine Aufsteckplatine für den Arduino Mega, Dur oder Giga entwickelt. Sinn und Zweck der Platine ist es, die Schaltzustände der Ein- und Ausgabe-Pins anzuzeigen. Erstmals habe ich mit dieser Platine den Bestückungsservice von NEXTPCB in Anspruch genommen, um die SMD-Bauteile nicht selbst verlöten zu müssen. Wie der Bestückungsservice funktioniert und was zu beachten ist, zeige ich im Verlauf des Videos. Lediglich die Bauteile für Durchsteckmontage müssen noch selbst verlötet werden. Das sind im Wesentlichen die Pinheader, mit denen die Platine auf den Arduino gesteckt und gleichzeitig auch weitere Platinen darüber gestapelt werden können. Das Design der Platine habe ich mit der Software KeyCut in Version 7 erstellt. NEXTPCB ist ein Sponsor dieses Open Source Projekts zum Erstellen professioneller Layouts für Elektronikplatinen und sorgt damit dafür, dass diese Software beständig weiterentwickelt werden kann. Auch die Dokumentation zu KeyCut ist auf einem hohen Level und zusammen mit der großen Community ist dieses Programm gut als Einstieg in die Welt der gedruckten Leiterplatten geeignet. Schaltungstechnisch ist mein Projekt alles andere als komplex, es handelt sich lediglich um 70 LEDs, die über je einen 1Kiloohm-Reihenwiderstand zwischen die 70 GPIOs und Masse geschaltet sind. Über 8 Steckbrücken können die LEDs in Gruppen deaktiviert werden. Mit dem integrierten 3D-Betrachter kann man schon sehr gut sehen, wie die fertige Platine einmal aussehen wird. Damit lässt sich neben den Bauteilen auch die korrekte Beschriftung gut kontrollieren. Nach Fertigstellung des Layouts müssen die zur Produktion benötigten Dateien aus KeyCut exportiert werden, was über den Menüpunkt Fabrication Outputs recht schnell erledigt ist. Dabei nicht vergessen, den Design-Rule-Checker laufen zu lassen, um zu sehen, ob alle Bauteile ordnungsgemäß verbunden sind. Manuelles Nacharbeiten erfordert lediglich die Liste mit den zur Herstellung benötigten Komponenten. Dabei handelt es sich um eine Tabelle im CSV-Format, die mit einem entsprechenden Programm editiert werden muss. NextPCB bietet auf seinen Seiten eine Vorlage an, die entsprechend der Bauteile ausgefüllt werden muss. Dabei kann auch ein DNP für Do Not Populate eingetragen werden, als Kennzeichnung dafür, dass diese Teile nicht von NextPCB auf der Platine verbaut werden sollen. Das ist bei mir für die Bauteile für Durchsteckmontage der Fall. Die so generierten Dateien werden für die Bestellung benötigt. NextPCB bietet auf seinen Seiten einen Online-Betrachter für Gerber-Dateien an. Nach dem Hochladen des ZIP-Paketes mit den Dateien kann im Browser die Platine kontrolliert werden. Dabei werden die Abmessungen übernommen und es wird der Herstellungspreis für eine Platine ohne Bestückung errechnet. Ist alles wie gewünscht, kann der Bestellprozess mit einem Klick gestartet werden. Auf der nun erscheinenden Seite können verschiedene Parameter, wie die benötigte Stückzahl oder die Farbe der Platine festgelegt werden. Soll, wie in meinem Fall, nicht nur die Platine erstellt, sondern diese auch bestückt werden, sind weitere Schritte im Online-Shop abzuarbeiten. So werden die Dateien mit den Positionen der Bauteile benötigt... ...und die Tabelle mit den zu verwendenden Komponenten muss hochgeladen werden. Dann wird auf Anfrage ein Gesamtpreis übermittelt. Nach Abschluss der Bestellung wird die Platine von NextPCB auf Korrektheit geprüft. Dabei wird lediglich geprüft, ob die Platine wie gewünscht gefertigt werden kann, nicht ob ihr logische Fehler in die Schaltung eingebaut habt. Wird nichts beanstandet, so geht die Platine in Produktion. Den Verlauf der Fertigung könnt ihr auf der Herstellerseite verfolgen. Ist die Platine fertig, geht's ans Bestücken. Diesen Prozess müsst ihr, nachdem eine erste Platine gefertigt wurde, nochmals extra bestätigen. Auch die restlichen Fertigungsschritte können online verfolgt werden. Von der Idee über ein Computerdesign hin zu einem Paket mit gut verpackten, fast fertig bestückten Platinen sind nur wenige Tage vergangen. Die LED's und Widerstände in SMD-Bauweise sind präziser auf der Platine verlötet. Die Beschriftungen sind klar zu lesen und auch eigene Grafiken können aufgedruckt werden. Was noch fehlt, sind die Bauteile für Durchsteckmontage. Um die Pinheader beim Verlöten korrekt auszurichten, helfen zusätzliche aufgesteckte Pinheader. Dank der Lötmaske sind die Bauteile auch mit den vielen, eng beieinanderliegenden Pins sehr schnell verlötet. Zusammen mit der eindeutigen Beschriftung sind Fehler in diesem letzten Fertigungsschritt so gut wie ausgeschlossen. Ob alles klappt wie gewünscht, zeigt sich nach dem Aufstecken auf einem Arduino-Duo-Board und dem Schreiben von ein paar Zeilen Code. Für die Bestückung habe ich mich für grüne LEDs entschieden und in der Tat, alle Pins sind korrekt verschaltet. Die SMD-LEDs leuchten auch mit den nur 3.3V des Arduino-Duo schön hell. Mit der Platine möchte ich Grundlagen in Sachen Mikrocontroller-Programmierung veranschaulichen. Dank der Pinheader kann eine weitere Platine aufgesteckt werden, um Grundschaltungen in Tutorials zu behandeln. Diese werden auf meinem zweiten Kanal, Homo Faziens, erscheinen. Wenn ihr eigene Ideen habt, die eine fertig bestückte oder eine selbst zu verlötende, professionelle Platine benötigen, dann werft doch mal einen Blick auf die Seiten meines Sponsors NextPCB. Weitere Infos sowie viele Fotos der Platine in hoher Auflösung gibt's auf den Seiten von HowOpenIsThisGadget. Klickt mal rein. In diesem Sinne, danke fürs Angugge und bis bald. Wir sehen uns beim nächsten Mal.